Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Nach langer, langer Zeit haben wir die Sommerpause beendet und uns zusammengefunden, um über den zweiten Teil der Mr. Mercedes Trilogie zu reden. Diesmal also Fünderlohn. Und dabei habe ich nicht nur wie immer den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Deda. Und die wundervolle Julia. Julia, sehr schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle jetzt schon mal. Wie gesagt, wir hatten auf den Tag genau fast genau sechs Monate Sendepause. Ich glaube, wir haben das ein klitzekleines bisschen verlernt. Deswegen bitte entschuldigt, wenn wir irgendwelche Sachen vergessen oder ein bisschen aus der Übung sind. Wir kommen wieder rein und es wird auch mit diesem Format weitergehen. Und ich würde sagen, damit das weitergeht, fangen wir auch gleich direkt an. Und Flo, du gibst uns doch bitte die zeitliche Einordnung. Ja, Stephen King hat auch gedacht, es soll weitergehen. Nämlich nach Mr. Mercedes. Eine Woche, nachdem das Buch in den USA erschienen ist, hat er angekündigt, es wird eine Trilogie. Und der zweite Teil, der kommt bald und der heißt Finders Keepers im Original. Das heißt übersetzt ungefähr so viel wie, wer es findet, dem gehört es auch. Das ist so ein geflügeltes Wort. In Deutschland war es nicht beibehalten. Da hat man das Buch Findalone genannt. Und es ist dann am 2. Juni 2015 erschienen. Ja, es ist der Mittelteil der Mr. Mercedes Trilogie. Und auch der zweite Band des größeren Holly Gibney Zyklus. Und wir waren ja nicht so begeistert von Mr. Mercedes. Das ist sehr zärtlich formuliert. Es gab Streitereien, aber wir konnten uns da doch noch einigen. Ob uns das bei diesem Buch gelingen wird, weiß ich nicht. Doch um das rauszufinden, muss uns Jonas jetzt erstmal erzählen, worum es denn hier geht oder worum auch nicht. 1978 wird der Schriftsteller John Rothstein Opfer eines Raubüberfalls. Er selbst wird dabei getötet, sein Safe mit Geld und unveröffentlichten Manuskripten gestohlen. Der Anführer der Verbrecher, Morris Bellamy, entledigt sich auf der Flucht seiner zwei Komplizen und versucht über seinen besten Freund und Buchhändler Andrew Halliday die Notizbücher mit den Manuskripten zu Geld zu machen. Der jedoch weigert sich, die heiße Ware anzunehmen und so vergräbt Morris die Bücher und das Geld in einem Koffer. Anschließend geht er in eine Bar und betrinkt sich. Im Vollrausch vergewaltigt er eine Frau und wird anschließend zu lebenslanger Haft verurteilt. Und aus der wird er auch erst 2014 wegen guter Führung wieder entlassen werden. 2010 wurde sein Schatz jedoch schon von dem zwölfjährigen Peter Sobers gefunden. Das Geld benutzt dieser, um seiner Familie zu helfen, die kaum Einkommen hat, nachdem sein Vater von dem Mercedes-Killer aus dem letzten Buch schwer verletzt wurde. Er schickt jeden Monat ein paar hundert Dollar anonymen Per Post an die eigene Adresse. Und die Notizbücher versteckt er einstweilen auf dem Dachboden. Und im Laufe der Zeit helfen die dabei, seine Liebe zur Literatur zu entfachen. Und so ist er im Jahr 2014 auch fest entschlossene Literatur zu studieren. Allerdings ist da das Geld aus dem Koffer schon seit einiger Weile aufgebraucht. Er beschließt die Notizbücher zum Teil zu verkaufen und gerät dabei an eben jenen Andrew Haley Day, der genau weiß, woher die Bücher kommen. Allerdings versucht auch Morris, jetzt wieder auf freiem Fuß, der sucht seinen alten Freund auf, nachdem er entdeckt hat, dass sein vergrabener Koffer weg ist. Als weitere Partei kommen dann noch Bill Hodges und Holly ins Spiel, die von Peters Schwester engagiert werden, weil die glaubt, ihr Bruder sei in Schwierigkeiten geraten. Und dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das Heddington nicht überlebt und schließlich endet das in einem leerstehenden Freizeitzentrum, in dem die Notizbücher inzwischen versteckt sind. Dort verbrennen dann die Bücher und Morris Badamy, während sich alle anderen retten können. Das war so im Groben der Hauptstrang. Es gibt da noch ein paar Nebdinge, unter anderem zu unserem Mercedes-Kinder, aber das gehört so nicht richtig zur eigentlichen Geschichte. Tja, aber das war's so. Vielen Dank dafür. Ja, ihr merkt eventuell an der Inhaltszusammenfassung schon, das ist ein Brückenschlück. Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, da sind wir uns schon mal so grundsätzlich alle halbwegs einig, oder? Ja, absolut. Wie war denn euer erster Eindruck? Habt ihr Spaß daran gehabt? Fandet ihr es furchtbar oder so lala oder völlig egal? Naja, es ist ein Buch, das man schnell weglesen kann und danach auch ganz schnell wieder vergisst. Was super ist, weil wir jetzt, wie gesagt, vier Monate auf das Buch warten. Ja, es ist belanglos. Und das ist irgendwie schade. Also, man hätte da was draus machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt ein Bill Hodges Roman hätte draus machen können, noch einen guten, aber man hätte trotzdem was draus damit anstellen können mit der Grundhandlung. Denn, was Jonas ja auch da erzählt hat, das klingt ja eigentlich ganz gut. Wenn man das aber so liest, ja, nee, dann tröpfelt das irgendwie so vor sich hin. Und, also, mir ging es so, ich habe, nachdem ich das Buch zugeklappt habe, hatte ich die Hälfte schon wieder vergessen. Julia, wie ging es dir? Ähnlich, um ehrlich zu sein. Also, ich hatte es damals, als es rausgekommen ist, nachdem ich ja von Mr. Mercedes, zumindest vor einigen Jahren, sehr begeistert gewesen bin, relativ schnell als Hörbuch mir reingezogen. Und dann war es weg aus dem Kopf. Und, ja, jetzt habe ich es nochmal mir angehört. Und, also, so nebenbei, bevor ich es nochmal gelesen habe und musste feststellen, auf einmal war das Hörbuch zu Ende. Und ich hatte so das Gefühl, es hatte noch nicht mal angefangen. Und irgendwie habe ich es auch nicht so wirklich verinnerlicht. Und dann habe ich das Buch nochmal gelesen. Und es ist genau dasselbe passiert. Es bleibt nicht wirklich was hängen, um ehrlich zu sein. Also, es ist wirklich so ein Zwischenteil, auch für mich. Okay. Ich muss ja sagen, ich hatte ja Angst vor diesem Buch. Weil ich fand ja Mr. Mercedes ganz, ganz, ganz furchtbar schlimm. Und ihr habt ja schon angekündigt, dass es in diesem Buch auch so ein bisschen um die Bewältigung der Folgen dieses Attentatsanschlags, wie auch immer ihr es nennen wollt, gehen wird. Und da ich mich ja im letzten Buch schon fürchterlich über die Darstellung von Behinderung aufgeregt habe, hatte ich hier echt Angst. Die war tatsächlich unbegründet. Ich gebe euch recht, das Buch ist nervig und es ist unbedeutend und es ist eigentlich egal. Es hat aber, finde ich, für mich trotzdem ein paar gute Punkte. Und es ist deutlich weniger schlimm, als ich es erwartet hatte. Jonas, was hast du für eine Meinung? Ja, es ging relativ langatmig los, finde ich. Und dann, als diese Verfolgungsjagd, dieses ganzen Mausspül losging, war es auch schon wieder vorbei. Das heißt, es war viel zu viel drumherum für die eigentliche Geschichte. Ja, daran sehe ich eigentlich auch eines der großen Probleme dieses Buchs. Wenn es wirklich ein Teil der Bill Hodge-Trilogie sein soll, warum tritt unsere Hauptfigur dann erst nach, ich glaube, 160 Seiten sind es... Ich bin so dankbar dafür. Ja, und das ist dann der zweite Punkt. Diese Figur braucht es nicht in diesem Buch. Ja. Ja. Man hätte echt was draus machen können, aber ich weiß nicht, warum er hier Bill Hodge reingequetscht hat. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen strittchenweise durch. Jonas, du hast gerade schon gesagt, du fandest den Anfang ein bisschen langatmig. Der Anfang ist ja wirklich dieser Überfall, dieser Autor, der überfallen wird, der ausgeraubt wird. Und dieser Raub alleine ist ein echt langer Teil vom Buch, habe ich zumindest den... Also gefühlt war das so. Aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht schlecht. Ich habe die Szene eigentlich sehr genossen. So sehr ist er mir gar nicht in Erinnerung geblieben. Also, ja, sicher, der war da drin und der hat geredet und so, aber so richtig im Detail konnte ich nicht mehr sagen, was ich da gefühlt hätte oder so. Also, es war, ja, es war halt ein Einstieg und als solcher habe ich ihn auch wahrgenommen. Ja, es wirkt so wie so ein Stinger vor einer x-beliebigen Krimiserie, bevor die Titelmusik losgeht. Man sieht das Verbrechen und dann kann die Ermittlungen losgehen. Um wirklich mehr zu packen, ist es mir auch nicht wirklich hängen geblieben. Das ist ein bisschen sehr lustig, weil da fangen wir jetzt schon an, uns zu widersprechen, glaube ich. Weil ich gehe, also, Flo, du sagtest gerade, das ist so das, bevor die Titelmusik losgeht und der Fall gelöst wird. Das Problem ist aber halt, dass die Lösung des Falls hier ja absolut keine Rolle spielt. Also, sogar keine. Stimmt. Was es aber für mich tatsächlich nicht schlechter macht, weil woran ich in dieser Szene tatsächlich sehr viel Spaß hatte, waren die Charaktere, die hier aufeinanderprallen. Weil du sehr schön hier die Kontraste drin hast. Einerseits zwischen diesem alten Mann, diesem Autoren, der wohl relativ berühmt dafür ist, ein ziemliches Arschloch zu sein im Zwischenmenschlichen. Was sich halt auch in seinen Tagebüchern widerspiegelt, so von wegen sämtliche seiner Ex-Frauen sind abgehauen und so weiter und so fort. Und er ist nicht in der Lage, irgendwie annähernd sozial mit Menschen umzugehen. Und andererseits halt unser Mörder bzw. unser Täter, der eben hin- und hergerissen ist zwischen ich bewundere diesen Menschen sehr, sehr, sehr und dann aber enttäuscht ist von der Realität auf der anderen Art und aber hin- und hergerissen ist zwischen, ich möchte jetzt das Ergebnis dieser Dinge haben, also die Bücher und die Tagebücher und so weiter, aber gleichzeitig muss ich ja dafür gemein zu einem Menschen sein, den ich eigentlich bewundere. Was sich aber eben immer mehr dahin entwickelt, mein Gott, was ist das für ein Arschloch, ich kann den eigentlich ja überhaupt nicht leiden. Und das ist ja ein Feigling, weil er seine Kunst nicht weitermacht und so weiter. Und genauso, wir haben bei Morris, also bei dem Täter, diesen Schwung, diesen Kontrast. Und bei unserem Autor selber haben wir auch diesen Schwung zwischen, okay, scheiße, ich werde jetzt überfallen, ich habe jetzt Angst, aber andererseits bin ich wütend, dass so ein, keine Ahnung, 20-jähriger Kasper sich dort hinstellt und mir versucht, meine Kunst zu erklären, woraufhin er dann halt auch entsprechend aggressiv reagiert. Und das ist ja auch letzten Endes das, was ihn dann im Kopf kostet. Aber diese Kontraste und diese jeweiligen Schwankungen inzwischen, mag ich den jetzt oder will ich ihn totschlagen? Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht. Mit dem Autor wäre ich doch zurechtgekommen. Ja, aber das liegt daran, dass wir Arschle schon mögen. Ja, aber man kann jetzt nicht behaupten, dass Morris nicht auch ein Arschloch wäre. Das ist richtig. Und mit dem komme ich nicht zurecht, weil der kommt mir so vor wie so eine möchtegern-intellektuelle Annie Wilkes. Ja, ja, ja. Also, ja, das ist mein Autor, der schreibt für mich und der muss das schreiben, was ich... Also, es ist diese ganze toxische Fankultur, die es ja heute so extrem gibt, in eine Figur gepackt, die dazu auch noch so, ja, so möchtegern-pseudo-intellektuell ist, dass sie mir vom ersten Moment an auf den Sack geht, aber tierisch. Kurze Zwischenfrage. Annie Wilkes ist von Misery, oder? Genau. Ja, den Vergleich fand ich nämlich ganz, ganz interessant, weil die New York Times hat das auch in einem Artikel tatsächlich erwähnt. Also, diese Parallele, die ist mir beim Lesen tatsächlich gar nicht aufgefallen, witzigerweise, obwohl ich das really voll geil finde. Okay, also du hast Misery gelesen. Ja, habe ich, habe ich, habe ich tatsächlich. Ich habe auch einige Artikel und auch Rezensionen gefunden, wo auch darauf eingegangen wird. Und viele Leute fanden das sehr gut. Also, mich hat es so gar nicht überzeugt. Ich meine, ich kann verstehen, dass King das, wenn er wieder mal, ich meine, er hat ja oft genug über Autoren geschrieben, dass er das was einbaut. Aber dazu geht mir diese Figur echt vom ersten Moment an so viel auf den Sack. Ich fand ihn, also ja, ich gebe dir recht, dass seine ganze pseudo-intellektuelle Art und so weiter, dass die furchtbar anstrengend ist. Ich muss aber sagen, ich habe trotzdem an Moris echt Spaß gehabt. Alleine aufgrund der Tatsache, dass er eben gerade in der heutigen Zeit mit diesen ganzen entteilten Idioten, die auf dieser Welt so rumlaufen und die denken, dass sämtliches Kulturgut nur für sie ist. Das ist halt realistisch. Das macht es nicht schöner, aber es ist halt realistisch. Und weshalb Moris für mich dann auch nochmal eine ganze Dimension gekriegt hat, war eigentlich der Moment, als ich seine Mutter kennengelernt habe. Oh ja, die Mutter. Weil von ihr hat er ja dieses ganze pseudo-intellektuelle Gescheiß. Ja, aber mir ist er trotzdem zu eindimensional geblieben. Okay. Er war halt, finde ich, fast durchweg der Böse. Und auf verschiedene Art und Weise. Ja, die Mutter war schuld vielleicht, laut der Geschichte, aber ihn hat niemand gezwungen, sich zu besaufen, weder bei seinem ersten verbrechenden Jugendlichen noch da. Also, nee, ich weiß nicht. Er hatte nicht eine gute Seite oder eine graue Seite, hätte ich gesagt. Ja, also, er wirkt für mich irgendwie sehr flach, sehr einseitig. Er ist ein kompletter Egoist, der halt wirklich die ganze Welt für seine Probleme verantwortlich macht. Also, seine Mutter ist schuld, dass er ihr Jugendknast kommt und überhaupt, dass er so verkorkst ist. Dieser Autor ist dran schuld, der hat sich verkauft und hat seine Lieblingsfigur auch verkauft. Und, ja, oder die Vergewaltigung. Er gibt seinem Freund, ich habe den Namen vergessen, dieser späteren Bücherhändler, die Schuld. Ja, genau. Dem gibt er die Schuld daran, dass er so sauer wird und sich bedrinkt und dann diese Frau vergewaltigt. Er selbst ist ja total unschuldig. Ja, aber Menschen sind so. Das ist die Realität der Menschheit. Ja, aber ich mag Menschen halt auch nicht. Ja, richtig, richtig. Das schon, aber um nochmal auf die Figur der Mutter zurückzukommen. Jetzt, natürlich kann er sie nicht für alles in seinem Leben verantwortlich machen, was er ja gerne tut. Und dennoch fand ich es ganz interessant, dass wir auch hier wieder, wie bei Mr. Mercedes, eine Mutterfigur gezeichnet bekommen haben, die im Endeffekt schon etwas bei ihrem Sohn ausgelöst hat. Dieses Mal ist es nicht die physische Komponente, war es ja bei Mr. Mercedes auch nicht nur mit dem Missbrauch. Im Endeffekt, das ist ja auch etwas Psychisches. Aber hier haben wir ja zumindest schon eine massive, massive psychische Dominanz der Mutter, die einfach die Grenzen überschreitet bei ihrem Teenager-Sohn, sich diese Bücher besorgt. Und sie hat ja gemerkt, wie wichtig sie im Sinn sind. Und sie hat nichts Besseres zu tun, als sie komplett schlecht zu machen. Dass das auch nicht sonderlich gesund ist, ist klar. Und wie gesagt, ich fand da so eine gewisse Parallele zu Mr. Mercedes. Also, dass wir wieder zwei Protagonisten haben, die irgendwie negativ von ihrer Mutter zumindest geprägt wurden. Für ihre Handlung sind sie wieder selbstverantwortlich. Das steht außer Frage. Ja, bin ich bei dir hundertprozentig. Ich muss an dieser Stelle sagen, und das ist eigentlich auch das, wo ich hinwollte. Aber das Thema mit den Müttern im King-Universum ist ein sehr schwieriges. Obwohl er ja behauptet, er hätte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter gehabt. Aber alle seine Mütterfiguren sind grausam. Alle. Also mir fällt keine ein, die nicht furchtbar ist. Von daher ist das jetzt wenig überraschend. Was mich interessiert... Aber Mutter Abigail... Entschuldigung. Möchtest du den Vortrag zu Mutter Abigail von mir hören? Nein. Egal. Ähm, nein, wo ich aber eigentlich hin will, vergleichen wir ihn doch mal mit Brady. Denn ich fand tatsächlich, Brady war ein viel, viel eindimensionalerer Charakter als er ist. Okay, das ist eine interessante These. Ich muss erst drüber nachdenken. Was sagen die Herren dazu? Ich glaube, in meinem Kopf sind die zu einer Person verschmolzen. Okay. Ich glaube, die schenken sich auch nicht so viel. Das sind, glaube ich, zwei Seiten einer Medaille. Und dann wäre ja eigentlich deine These richtig. Also, während hier Bellamy mehr so der intellektuelle Teil ist, ist Brady mehr der Psycho-Teil. Nein, das passt auch nicht. Naja, aber guck mal, dieses ganze Überlegenheitsgedöns zum Beispiel hat Brady auch komplett. Na, es sind alles Idioten außer ihm. Er freut sich und er kriegt regelmäßig ein Standort, wenn irgendein Teil von seinem Plan funktioniert hat. Er kann überhaupt nicht erahnen, dass eventuell Leute eventuell ein Schritt klüger sind als er. Also, dieses ganze Überlegenheitsding und so weiter haben wir bei beiden. Wir haben dieses ganze, keine Graustufenböse auch bei beiden, finde ich. Ja, jetzt kann man sagen, Brady hatte zumindest die Ausrede mit dem behinderten Bruder und so weiter. Aber, aber, come on, das ist doch nicht euer Scheiß-Ausrede. Das ist wirklich nur eine Scheiß-Ausrede. Nein, das lasse ich auch nicht gelten. So, also haben wir auch das. Das heißt, dieses Abziehbild böse ist er auch. Nur, dass ich finde, dass Morris halt wenigstens mit einem Ziel handelt. Und Brady halt nur, weil er denkt, dass er es kann. Also, er hat halt ja nur Spaß dran. Ja, das ist eine interessante Diskussion. Ich würde aber sagen, am besten schieben wir die zurück. Du kennst ja den dritten Teil noch nicht. Ich würde sagen, ich meine, dass Brady zurückkommt, das ist kein Geheimnis. Spätestens am Ende dieses Buches weiß man das ja. Deswegen würde ich das jetzt noch abwarten. Dann können wir vielleicht wirklich beim nächsten Mal, wenn wir das in den dritten Teil besprechen, das richtig mal vergleichen. Julia, hast du noch einen Einwurf dazu? Im Moment nicht, nein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal von diesem Anfangsteil ein bisschen weg. Wobei da natürlich viele wichtige Fragen drin sind, finde ich. Wir haben hier einmal eben, was schon erwähnt ist, dieses ganze Thema Fantum und Fanatismus. Wir haben die ganze Thematik, wie viel Öffentlichkeit schulden uns öffentliche Personen. Und das ist aber noch ein Punkt, den ich gerne mit euch diskutieren würde. Er sagt ja dann irgendwann den Satz, er tut das vor allem, weil niemand mit dieser Menge und Art an Talent hat das Recht, dieses vor der Welt zu verstecken. Und mich würde mal interessieren, wie ihr zu dieser Thematik steht. Das halte ich für selbstverliebten Bullshit. Okay. Erstmal kannst du niemanden, egal was ist, das Recht oder die Pflicht aufzwingen, sein Talent öffentlich zu machen. Okay. Und den zweiten Teil habe ich vergessen. Ich melde mich gleich nochmal, wenn mir das wieder einfällt. Ja, das ist ein Anspruchsdenken von halt diesem Fandom, sag ich mal. Aber ja, ist Bullshit. Okay. Julia? Ich sehe es tatsächlich so ein bisschen anders. Also prinzipiell stimme ich euch da zu. Andererseits haben wir es ja hier mit einem jungen Erwachsenen zu tun. Fliemann, der hat es ja, die Bücher in seiner Jugend kennengelernt. Und ich glaube, das ist ein Phänomen und das schreibt Stephen King auch am Anfang. Ich finde es nur leider nicht, dass viele Jugendliche sich quasi so ein Idol raussuchen, auch bei Autoren oder Autorinnen. Man denke nur zum Beispiel, das kam auch in dem Buch vor, an, weiß ich nicht, Tolkien mit Herr der Ringe. Und dann gibt es immer diesen Hype und dann ist man fast fixiert. Also in Goethes Zeiten war es die Leiden des jungen Werther. Ja, also es gibt immer, wie gesagt, schon seit langer, langer Zeit immer wieder so Strömungen, gerade bei Jugendlichen, die das so auf sich münzen. Und das ist dann so dieses, ich identifiziere mich damit in diesem ganzen Prozess des Erwachsenwerdens und dann so eine Fixierung darauf. Deswegen, ich glaube, das spielt auch mit da rein und gleichzeitig halt das extreme Fangehabe natürlich, ja. Ich glaube, das war der Professor von Piet, der ihm das gesagt hat, der Literaturlehrer da. Das kann gut sein. Ich dachte, es wäre weiter vorne vorgekommen, dass Stephen King das irgendwie so erwähnt in Bezug auf Morris und das auch genauso auch in Bezug auf Hesse und sowas setzt. Aber ich finde es leider nicht mehr. Ja, aber ich glaube, Jonas hat an dem Punkt recht. Wir haben diese Diskussion an mehreren Stellen. Wir haben die Diskussion einmal bei dem Literaturlehrer und ich glaube mich zu erinnern, wir haben die Diskussion auch mit der Mutter. Ich glaube auch. Aber ja, aber ich gebe euch auf jeden Fall recht. Also dieses Anspruchsdenken und ich glaube, sich auf einen Charakter zu fixieren oder auf ein Buch zu fixieren oder einen Autor zu fixieren, ist das eine. Dieses Anspruchsdenken ist allerdings das andere und ich glaube, da verläuft die Linie. Okay. Absolut. Diese Fixierung, ich meine, das kennt jeder von uns. Ja. Wir machen hier einen Stephen King Podcast, hallo. Natürlich kennen wir das. Aber das Anspruchsdenken, das wechselt dann schon schnell ins Krankhafen. Gut, wollen wir weitergehen. Wir lernen jetzt Pete Sober kennen und da möchte ich an dieser Stelle die wundervolle Tinkerbell grüßen. Die Tinkerbell hat ja irgendwann mal die Theorie geäußert, dass King mittlerweile einen Ghost Rider hat. Und ich habe ein weiteres Indiz für diese Theorie gefunden, denn den Namen Peter Sober inklusive des vollen Nachnamens wird, keine Ahnung, gefühlt 370 Mal erwähnt. Und dieses ständige Wiederholen des Nachnamens ist eine neue Krankheit. Das hat King früher nicht gemacht. Und das nervt mich. Ja, King konnte früher auch Kinderfiguren schreiben, die einen gepackt haben. Ja, weniger, aber ja. Ja, du hast da eh ein Problem mit, deswegen zählt deine Meinung gut. Nein, aber irgendwie, jo, er ist da. Er ist okay. Ich kann seinen Handeln verstehen, aber dieser Junge ist mir vollkommen scheißegal, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, er packt mich so gar nicht. Okay, das ist spannend. Also, ich kann dir nicht mal widersprechen, weil als Figur ist er mir auch völlig egal. Aber das Lustige ist, dass in sein Leben ich mich sehr, sehr gut reinversetzen kann. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Und das ist ja das, wo bei mir die anderen Kinderfiguren immer gescheitert haben. Von wegen, ja, oh, ich habe hier mein spannendes Fahrrad. Ich erlebe spannende Kinderabenteuer. Ich habe lustige Freunde. Ich mache Dinge. Nein, das Leben von Pete, das kann ich mir vorstellen. Meinungen? Ich war gespannt, ob irgendwas kommt. Ich dachte auch, da kommt jetzt noch was. Naja, also ich kann das, wir müssen jetzt Pete erstmal in den Kontext setzen. Pete ist der Sohn eines der Opfer des Mercedes-Attentäters. Sein Papa ist angefahren worden, hat mehrere sehr, sehr bösartige Knochenbrüche und so weiter. Ich glaube, Hüfteklipper klar und so weiter und so fort. An der Stelle habe ich übrigens gleich mal eine Frage. Ich meine, ich habe jetzt auch echt viele Knochenbrüche und auch echt viele böse. Bin ich da komisch, aber weil, also ist das ein Ding, dass Knochenbrüche so beschissen heilen, dass die so lange Probleme machen? Ja, tatsächlich. Okay. Man kann passieren, muss nicht, aber kann passieren, je nachdem, wie der Bruch ist. Ihr musst ja, auch wenn ich mich recht entsinne, operiert werden, wie die Operation verläuft. Auch da kann es ja Komplikationen geben. Also das ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Okay, weil das ist halt außerhalb meines Erfahrungshorizonts, weil bei mir war der Scheiß halt kaputt und dann war er wieder gut und dann ist es wieder gut. Ja, ich würde das Ganze auch darauf schieben und darauf spielt die Geschichte ja auch an. Die Familie hat nicht viel Geld und in den USA kostet das Gesundheitssystem halt ein Schweinegeld. Ja, perfekt. Wenn du dir nicht die besten Ärzte und die beste Behandlung leisten kannst, dann wird halt nicht alles genauso gemacht, wie es sein sollte und dann zieht sich das. Das ist aber genau der Punkt, auf den ich hin will. Weil, wie du sagst, die Familie hat nicht viel Geld. Und das ist aber der Punkt, weshalb dieses Buch für mich viel, viel weniger schlimm wurde, als ich erwartet hatte. Denn ihr habt ja alle schon gesagt, ja, und es geht eben um die Opfer dieses Attentats und so weiter und auch um den Umgang mit Behinderung. Und was ich sehr, sehr mag und wofür ich unendlich dankbar bin, ist, dass der Vater von Piet nicht unleidlich und knatschig ist wegen der Behinderung an sich. Sondern weil die Behinderung wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zieht. Das heißt also, wir kommen wieder an den Punkt von, nicht nur das Leben als Behinderter per se ist lebensunwert, sondern die Umwelt und so weiter macht das Leben zum Problem. Aber nicht die Behinderung selber ist das Problem. Und dass er diesen Punkt endlich, endlich macht, dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja, das ist tatsächlich mal was Neues. Und das fand ich auch jetzt nicht schlecht umgesetzt. Also ich, die ganze Familie lässt mich relativ kalt, aber ich kann das echt nachvollziehen. Aber ist euch das denn aufgefallen? Also auch dir, Julia, weil ich weiß, wir hatten diese Unterhaltung mit der Folge von Behinderung und so weiter gehabt beim ersten Buch. Ja, tatsächlich ist mir das beim Lesen unbedingt nicht aufgefallen. Ich fand es absolut nachvollziehbar. Jetzt kommt aber die Krux an der Sache. Ich habe keine Behinderung, Gott sei Dank. Und deswegen sind für mich viele Dinge halt in Anführungszeichen normal aus meiner in dem Fall privilegierten Situation heraus, dass ich das dann bedauerlicherweise nicht bemerke. Nicht unbedingt. Ich fand es nachvollziehbar. Ich konnte mir das auch sehr gut vorstellen. Flo hat ja eben das Gesundheitssystem in den USA auch erwähnt. Das ist ja wirklich ätzend, gerade wenn du kein Geld hast. Aber so intensiv, wie du das jetzt beschrieben hast, ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Nachvollziehbar ja, aber jetzt nicht im Sinne von, das ist jetzt was Besonderes. Mir ist es jetzt auch nicht als Tatsache aufgefallen. Mir ist es aber aufgefallen, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist. Und das ist ja sonst, stößt King einen ja öfter mal, also nicht nur King, das machen ja ganz viele Leute, diesen Fehler. Die stoßen einen darauf, so richtig. Und hier war es ein Charakter, der eben nicht durch diese Behinderung definiert wurde, sondern die Behinderung war halt Teil seines Lebens und die Umstände waren scheiße. Und das ist aber halt genau der Kontrast zum ersten Buch. Genau. Das ist das, weshalb ich da drauf so rumreite. Weil im ersten Buch haben wir halt genau das Gegenteil davon. Jonas, hast du eine Meinung dazu? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich noch weiß, wie er damit umgegangen ist. Aber ist irgendwas in Erinnerung, dass er geflucht hat, weil er die glatte Treppe mit seinen Kücken nicht mehr runter konnte, um heimlich zu rauchen. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Der Punkt ist aber auch der, wie gesagt, das Problem war nicht, dass er nicht mehr heimlich rauchen konnte. Das Problem, was ihn daran angekotzt hat, ist, dass er heimlich rauchen musste. Weil immer wenn er eine Fluppe in der Schnauze hatte, kam seine Alte und hat die noch zusammengestaucht, dass er ja sinnloses Geld verbrennt. Ja. Also es war nicht der Punkt von wegen, ich komme diese gottverdammte Treppe nicht mehr runter, sondern der Punkt war, warum muss ich überhaupt die gottverdammte Treppe runter, um zu rauchen? Ich kann das doch auch einfach so machen. Aber die scheiß Umwelt ist das Problem. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weshalb ich sage, das Leben von Piet kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn diese ganzen Spannungen, die da eben wegen dieser finanziellen wirtschaftlichen Situation entstehen, die fühle ich so hart. Vor allem dieses ganze Ding, was Piet hat von, ich will das nicht hören, dass die sich jede Nacht anschreien, ich will mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Aber das Problem ist, ich muss das alles mitkriegen, damit ich Schlimmeres vermeiden kann, weil das ist meine Verantwortung, das ist mein Job, dass die sich nicht in Schädel einschlagen. Und ganz ohne Scheiß, das war mein Leben jahrelang. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Dieser Punkt von, du hast es absolut satt, diesen ganzen Schwachsinn dir anzutun. Aber du weißt, du bist derjenige, der es muss, weil du der Einzige bist, der in irgendeiner Form noch irgendwas reißen kann. Ich glaube, die Stille kommt gerade daher, dass keiner von uns dreien wirklich dazu was sagen kann, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sind alle froh, dass es bei uns nicht so war. Ist ja eine Idee. Ja, aber vielleicht ist das wirklich auch der Grund, dass wir uns da nicht so reinversetzen können. Also ich zumindest. Aber das ist halt das, was ich meine, von wegen Piet als Charakter ist mir völlig egal. Gebe ich dir vollkommen recht. Fällt völlig hinten runter. Aber sein Leben trifft er hundertprozentig. Es gibt Menschen, die führen dieses Leben und das fühlt sich genauso an. Ich bin gerade auch so ein bisschen sprachlos, dass Stephen King es mal geschafft hat, über dieses Thema zu schreiben. Und Dela sagt, ja, das stimmt. Das kenne ich nicht von dir, Dela. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen... Also über das Thema häusliche Schwierigkeiten schreibt er sehr oft sehr brauchbar. Nur über das Thema Behinderung halt nicht. Das meinte ich ja. Ja, okay. Und dann die Komponenten quasi. Du hast ja eben das Hauptaugenmerk zum Beispiel ja auf die wirtschaftliche Situation gelegt und so weiter und so fort. Und von daher... Ja, aber an der Stelle, ich muss wirklich sagen, diese Szenen haben mir das Buch gerettet, schlicht und ergreifend. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Buch nicht verreise. Wir haben ja keinen Videopodcast. Sonst könntet ihr jetzt sehen, dass ich gerade total große Augen mache und wenn ich perplex bin. Okay. Einen Punkt müsst ihr mir aber erklären, weil das ist wieder so dieses... Juhu, ich bin ein Kind. Ich fahre auf dem Fahrrad. Ich erlebe lustige Kinderabendröhre, den ich nicht verstehen kann. Das größte Problem, er schickt ja dann das Geld raus an seine Familie, um der Sache zu helfen. Das klappt auch alles, wie er sich denkt. Und dann geht es darum, dass seine Schwester eventuell die Schule wechseln muss und ganz schrecklich traurig ist, weil, oh mein Gott, ich verliere ja all meine Freunde. Was ja eigentlich der Punkt ist, warum er dann überlegt, diese Bücher zu verkaufen. Was zum Fick? Also, kann mir bitte einer erklären, was das Problem ist an, ich muss die Schule wechseln? Weil das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Das kann ich auch nicht erklären, denn ich war auch immer in Außenseiter, mir war es scheißegal. Ja, richtig. Ja. Gut, ich kann mich hineinversetzen, weil es halt Popkultur ist, aber gefühlsmäßig kann ich es nicht erklären. Also, anders wäre das für euch ein Punkt, diesen Schritt zu machen. Wenn ihr sagt, die Existenz dieser Familie hängt an ganz wichtigen Punkten. Und das ist der Punkt, der euch dann dazu schubst. Ich glaube nicht, aber hier geht es ja auch um so eine teure Privatschule und sowas. Und ich glaube, das ist in den USA nochmal eine ganz andere Sache, als wir hier mit unserem Schulsystem. Okay. Julia? Ja, dem stimme ich zu. Das ist das eine. Und ich glaube, der andere Punkt ist einfach der, sie sind ja nur in diese Gegend gezogen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme. Und sie hat ja ihre Freunde schon zurücklassen müssen. Jetzt ist sie an der neuen Schule. Und ich glaube, Pete selbst gefällt das nicht so. Und er findet ja auch die Freundin seiner Schwester ganz furchtbar. Und ich glaube, das ist wirklich noch so aus dem jugendlichen Gedanken halt heraus, so wenigstens, dass die Schwester zurück zu ihren Freundinnen kann. Und zudem an eine gute Schule, gute Bildung, in den USA noch ein ganz anderes Thema. Prinzipiell ist es für mich nur theoretisch nachvollziehbar. Weil als ich an die weiterführende Schule gekommen bin, war das so furchtbar, dass ich freiwillig die Schule gewechselt habe. Also von daher bin ich da wahrscheinlich auch, was die Realität anbelangt, die falsche Ansprechpartnerin. Okay. Ja, aber ich glaube, den Punkt, mit dem das ist tatsächlich, dieses Privatschulending hat einen ganz anderen Stellenwert, als es hier hat. Ich glaube, das kann ich akzeptieren. Aber die emotionale Komponente daran, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja gut, aber vielleicht ist es genau das Komponente gerade, weil ich ja die Schule gewechselt habe, weil es mir an dieser Schule nicht gut ging. Und weil die Schule auch schlecht war, dass es da mit rein spielt. Und irgendwann geht es natürlich absolut ins Private. Es geht nicht nur an die Emotionen, sondern auch an die Psyche. Tatsächlich, also zumindest bei mir war halt ein krasser Fall. Und dann willst du wechseln und dann möchtest du dort weg. Aber sie ist ja noch nicht an dem Punkt. Also sie ist ja nicht an der, oder sie leidet ja nicht an der alten Schule. Das ist ja nicht der Punkt. Ja, also es ist ein bisschen zu wenig Leid für so viel Aufriss. Aber wahrscheinlich ist es das mit der Privatschule hintendran. Genau, ja, okay. Ja, ich weiß nur nicht, gut, wie gesagt, ich kann mich in die Familie, ich habe keine Probleme mit denen, ich kann mich aber nicht richtig reinversetzen. Ich weiß nicht, ob das für mich Grund genug wäre, dieses finanzielle Polster oder überhaupt diese Sicherheit aufzugeben. Ja, genau. Das wäre nämlich auch mein Problem an der Sache. Aber gut, vielleicht sind wir auch einfach zu wenig emotional und sehen zu viel das große Ganze als Einzelschicksal. Das kann durchaus sein. Ja, wobei man muss ja unterscheiden zwischen den Eltern und den Kindern. Die Eltern sind ja genauso pragmatisch und sagen, wir brauchen das Geld zum Leben. Ja, und es ist halt, wie gesagt, also jetzt ohne da irgendwie Altersdiskriminierung in Bezug auf die Jugend betreiben zu wollen, denn es ist ihr gutes Recht, so zu sein, wie sie sind und ihre Emotionen zu haben. Und es ist halt bisweilen irrational, bisweilen übertrieben, etc. Und es ist auch vollkommen in Ordnung und vielleicht fällt es uns deswegen gerade so schwer, das so nachzuvollziehen. Möglich, vollkommen möglich, auf jeden Fall. Ja, und dann lernen wir unseren Literaturlehrer kennen und mein Gott, macht dieser Typ mich aggressiv. Wie geht's euch? Hat er euch gefallen? Mich hat er krank gemacht, der Typ. Hab ihn komplett vergessen. Ich war so begeistert von ihm. Ich auch, deswegen geht es mir wie mit Jonas. Genau das, also er ist ein Arschloch, aber in einer Reihe von Arschlochen, deswegen hab ich ihn dann direkt wieder verdrängt. Nein, aber das sind genau, das sind genau diese Wichser von Lehrern, Entschuldigung, ich muss es nur sagen. Das ist genau dieses Pack. Auf der einen Seite, ja, ich bin doch dein Freund, ja, ich will dir doch helfen, ja, ich weiß, dass deine familiäre Situation so ein Problem ist. Und dann gehst du hin und vertraust diesen Wichsern und im Endeffekt sind die das größere Problem an der ganzen Sache. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ich bin da eventuell ein winziges bisschen voreingenommen bei solchen Typen. Aber genauso dieses, ja, du hast eine Liebe zur Literatur und dieser Typ stellt sich dorthin und nutzt die Liebe zur Literatur als Ausrede, um so zu tun, als wäre er cool und zugänglich. Das kotzt mich an, die Sophie. Entschuldigung. Ja, bitte. Achso, tatsächlich, an den Teil kann ich mich jetzt nicht so erinnern, was mir aber bei ihm absolut negativ aufgefallen ist. Und da hab ich auch gedacht, so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, war die Geschichte, dass er mit wildfremden Menschen völlig offen über einen Schüler redet. Also entweder ist das Stephen King, und das trau ich Stephen King eigentlich nicht zu, sowas von gedankenlos zu sein, um so eine Szene zu schreiben. Deswegen geh ich schon davon aus, dass das voll beabsichtigt gewesen ist. Ja, die Szene passt da auch voll dazu. Die passt da voll rein. Dahingehend hab ich auch gedacht, sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Was bist du denn für einer? Kannst doch nicht einfach irgendwelchen, wie seht ihr mal, da fang ich sofort so ein bisschen an zu hesseln vor lauter Aufregung. Du kannst doch nicht hingehen und so intime Details über einen Schüler erzählen und du kennst die Personen, die dort stehen, gar nicht. Also was ist das denn? Das war das, was mich sehr an dieser Person aufgeregt hat. Zu dem Teil davor kann ich nicht so viel sagen, weil den hatte ich schon wieder wahrscheinlich aus Gründen vergessen. Mhm, aber genau das, was du sagst, ist halt ein Teil dieses. Von wegen, ja, und ich bin doch dein Freund, aber dann halt im Prinzip das Ganze an Leute breittreten, die es einen Scheißdreck angeht und das Problem im Prinzip schlimmer machen. Das ist genau der Punkt. Und liebe Kinder, darf ich euch an dieser Stelle einen Lebensratschlag geben. Vertrauenslehrer sind nicht eure Freunde. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vertrauen niemanden, vor allem kein Vertrauenslehrer. Der nächste Charakter, der bei mir eben, wie gesagt, sehr gut funktioniert hat, weil er mich genauso aufgeregt hat wie der Lehrer, ist die Mutter von Maus. Aus genau denselben Gründen. Wollt ihr dazu noch irgendwie was sagen oder haben wir das schon in der Einleitung abgeklärt? Also ich glaube, mir ist dein Bild klar. Okay. Ja, sie passt halt in die Reihe von Charakteren in diesem Buch, die so von sich eingenommen sind, dass man einfach nur die Fresse schlagen möchte. Mhm. Aber mehr braucht man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich würde trotzdem genau was dazu sagen. Ja, natürlich. Also das eine sehe ich mir auch sehr unangenehm aufgefallen. Und ich meine, die Attitüde ihres Sohnes kommt ja nicht von ungefähr. Sie hat zwar was erreicht, aber scheinbar ja auch nicht wirklich das, was sie wollte. Es war ja nur eine Nominierung, glaube ich, für den einen Preis. Also sie hat ihn ja nicht bekommen, oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich kriege es nicht mehr ganz zu sagen. Sie hätte beinahe mal den Pulitzer-Preis bekommen. Und hätte und beinahe, ist aber nicht, sie hat ihn gewonnen. Ja, natürlich, das ist riesengroß. Aber es hat halt nicht gereicht. Und scheinbar kam danach nichts mehr. Und man hat so den Eindruck, dass das ihr schon zu schaffen macht. Aber gleichzeitig so den Hype in Bezug auf ihre Intellektualität und ihre Standards, die sie dann auch an ihrem Sohn abarbeitet. Und dann gehen eine irgendwo nachvollziehbar und trotzdem sowas von unangenehm. Ja. Was ich zu der Mutter noch sagen möchte an der Stelle, was ich aber gut fand, ist, dass wir eben mal wieder dieses Thema brechen von wegen Kriminelle kommen nur aus den schlechten Haushalten. Also oder aus den unterprivilegierten Haushalten. Wie wir es ja bei Bolli hatten. Ich meine, der kam nun mal schlicht und ergreifend aus Armut, weil sein Vater gestorben war und so weiter und so fort. Hier haben wir das Thema nicht. Wir haben hier keine Armut. Denen geht es gut genug. Die sind jetzt nicht reich, aber denen geht es gut genug. Und nichtsdestotrotz. Es ist eher die arme Familie des Jungen, die sich durchschlägt. Genau. Ohne kriminell zu werden. Gut, man kann jetzt sagen, natürlich überlegen. Ja. Aber das ist nicht kriminell. Das ist halt... Das ist halt Hehlerei. Das ist nicht so schlimm. Ja. Aber trotzdem. Das ist ein interessanter Unterschied hier. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut dargestellt. Ja. King, wenn ich so überlege, er hat ja oft böse Wichte, die wirklich so... Er kann so aus dem Redneck-Bereich auch oder sowas kommen. Richtig. So diese Unterschicht, Arschlöcher. Und hier hat er mal... Na gut, ich möchte nicht die Oberschicht sagen, aber doch mal den... Ja, wurde schon behauptet. Also zumindest massiver oberer Mittelstand. Genau. Also man sieht jetzt hier, er weiß auch, dass es wirklich in allen Bereichen Wichser gibt. Ja. Ja. Ach. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, das Thema Zusammenhalt in der Familie. Denn der ist ja in den... Okay, das klingt jetzt ganz falsch, was ich sage. Aber dieses ganze Thema, mit denen die prekären Situierten halten tendenziell eher zusammen. Das ist ja genau der Punkt. Pete macht... Überwindet seinen Egoismus und seine Chance auf eine gute Schule oder was auch immer, weil er eben lieber seiner Familie und seiner Schwester hilft und so weiter und so fort. Bei Brady könnte man jetzt auch im weitesten Sinne sagen, der interne Familienzusammenhalt ist zwar krankhaft, aber er ist ja grundsätzlich erst mal da. Ja, die bringen dann das Kind um, aber das ist halt wieder inhärente Behindertenfeindlichkeit. Während das Kind gesund geblieben wäre, das wahrscheinlich nicht passiert. Aber ihr versteht, wo ich hin will. Ja. Ja. Naja, und jetzt kommt der... Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, die Mutter hat einmal beinahe den Pudelser gewonnen. Okay. So, und der Zusammenhalt, der ist ja auch das letzten Endes, was dazu führt, nachdem wir eben diese Bücher verkauft haben, nachdem es sich herausstellt, dass wir damit an den Falschen geraten sind und so weiter und so fort, dass die Schwester sich Sorgen macht und Hodges engagiert. Und bevor das passiert, oder mehr oder weniger während das passiert, lernen wir, wie gesagt, ich glaube noch, also weit nach der Hälfte des Buches, oder? Treffen wir Hodges das erste Mal. Ja, genau. Zumindest im Anfang des zweiten Teils ist es, glaube ich. Es ist nicht ganz die Hälfte, glaube ich, aber es ist auch kein so dickes Buch, diesmal zum Glück, dass dann endlich unsere, zumindest der Trilogie namengebende Figur auftritt. Und ganz ehrlich, für mich wird es ab hier schlimmer. Ja. Und ab hier weiß ich auch nichts mehr von dem Buch, wenn ich ehrlich bin. Also, diese ganze Katz-und-Maus-Spielerei, wie Jonas das vorhin genannt hat, wisst ihr an, was mich das erinnert hat, wenn Hodges und Holly und, wer ist das, Jerome, den Fall nachjagen. Es hat nur ein sprechender Hund gefehlt, das kam mir schon wie eine Scooby-Doo-Folge. Ja, ja. Es hat ja gut angefangen. Ich habe ja wegen euch darauf geachtet, wie wir hier Film-Noir-Themen einarbeiten. Und die Szene, als wir Hodges das erste Mal in diesem Buch treffen, als er diesen Ganoven am Flughafen abfängt. Die hat mir gefallen. Die war schön. Die war nicht unangenehm. Es ging mir niemand auf den Sack. Er konnte seine Film-Noir-Casablanca-Nummer abziehen. Das war alles fein. Und dann wird er wieder zum Detektiv und hat einen Fall und darf nicht nur seine Geschäfte machen, wie er halt sie macht. Und ab da wurde es scheiße. Ja, am Anfang des Buches hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wir von dem Film-Noir vielleicht so ein bisschen mehr das Hardboil der 60er, 70er kommen. Ja. Da wäre echt geile Sachen können dabei rauskommen. Aber im letzten, also im ersten Band war er so ein, ja, dieser alte Ex-Cop, der jetzt hier Detektiv ist. Und davon ist irgendwie, ist da nichts geblieben. Das hat diese Figur irgendwie so verflacht im Gegensatz zu dem ersten Teil. Ich fand die auch im ersten Teil schon flach, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber trotzdem hatte sie immer noch mehr als jetzt. Ja. Ja. Und auch, leider auch Jerome und auch Holly. Ich mag Holly trotzdem hier in dem Band. Sie ist nur Beiwerk. Gut, alle unsere Helden sind nur Beiwerk. so richtig kam ich in diese Figur nicht rein. Was? Also, ich verstehe die Figur Holly nicht. Also nein, ich verstehe nicht, was er an der Figur Holly mögt. Also vor allem im ersten Teil, aber auch in diesem, obwohl es in diesem besser wurde. Aber sie ist doch im Prinzip nur eine Ansammlung von, nennen es wir mal, zärtlich lustigen Störungen. Also sie ist der Monk-Charakter. Das war im ersten Buch deutlich schlimmer, als es jetzt ist, aber sie ist der Monk-Charakter. Und ich habe ein Problem mit den Monk-Charaktern. Ja, sie hat was von Monk. Und wenn du damit ein Problem hast, na klar, hast du dann auch ein Problem mit Holly. Also Moment, ich habe kein Problem mit Holly, ich habe ein Problem damit, dass ihre Quirks ihr einziger Charakter ist. Und das wird im Laufe der verschiedenen Bücher meiner Meinung nach besser. Okay. Also, ja. Stimme dir da auch zu, Flo. Also ich finde nicht, dass sie jetzt nur eine Anhäufung von sympathischen Skurrilitäten, wenn man es mal so nennen möchte, ist, sondern da ist mehr und vor allen Dingen, man entdeckt das mehr. Also sie entwickelt sich ja auch. Also einerseits ist sie furchtsam und gleichzeitig kann sie extrem mutig sein. Sie schafft es sich dann endlich von der Familie unabhängig zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren Kopf durchzusetzen und so weiter und so fort. Also deswegen glaube ich, da ist mehr als ihre Monk-Seite und die lernt man immer mehr kennen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann die nächsten zwei Bücher auch schon gelesen habe und da habe ich tatsächlich Holly recht lieb geworden. Tatsächlich. Ich kann durchaus, es kann durchaus sein, dass es eine Tendenz gibt, aber zumindest in diesem Buch ist es immer noch für mich eine komplette Reduktion auf genau nur diese lustigen Quirks. Ja, das liegt aber an dem Buch. Ja. Also die sind eh nur Beiwerk irgendwie. Also es passt nicht so ganz. Entschuldige, ich wollte ja nicht die ganze Zeit dazwischen kreischen. Nein, nein, ich wollte auch eigentlich dasselbe wie du. Das Problem an diesem Buch ist, sie ist nicht mal nur diese, diese, die Quirks, wie sie im ersten Band war. Sie hat nicht mal mehr die sonderlich viel. Sie hat, genau, sie hat nicht mal mehr da groß, sie ist einfach nur da. Also in diesem Buch macht sie ja wirklich kaum was und ja so ein bisschen Detektivarbeit. Okay, das könnte jede andere Figur auch. Und sie holt Süßigkeiten für die Kinder. Das, gut, das können nicht so viele. Nein, nein, vor allem kann das ja nur die Frau in der Situation. Weil Männer sind ja in so emotionalem Verhalten gar nicht in der Lage. Aber die sind doch gar nicht da. Ja, so generell. Ja, Männer sind immer so abwesend. Genau. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja, du warst geistig abwesend. Ja, irgendwas wollte ich zu Holly in diesem Buch sagen. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Okay. Naja, und genau das selber haben wir mit Jerome. Jerome war in diesem Buch meiner Meinung nach völlig egal. Ich glaube, er war wirklich nur da, um dieses Trio wieder komplett zu machen. Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt, ich glaube, da muss man die Trilogie als Ganzes sehen. Im Endeffekt hatten wir ja schon bei Mr. Mercedes festgestellt, es ist wie so eine Art Zeitenübergang generell in Detektivgeschichten. Wir haben drei verschiedene Generationen. Es ist natürlich nur logisch, dass Jerome jetzt nicht mehr so dabei ist, weil er halt studiert. So, das ist das eine. Und das nächste ist, ohne jetzt groß wollen zu wollen, ist einfach der Punkt, es wird das Trio nach der Trilogie nicht mehr geben. Und es geht eigentlich dann darum, vor allen Dingen Holly so aufzustellen, dass sie dann alleine oder mehr oder minder alleine die Führung übernimmt. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier auch mit so der Fall ist. Ja, er musste auftauchen, weil er zu diesem Trio gehört und immer noch Teil dieser Geschichte ist. Aber ihn halt schon quasi realistisch mit langsam rauszuziehen. Es hätte keinen Sinn ergeben, wenn Jerome da geblieben wäre, um dann an einem Community College zu studieren oder so. Also das ist halt, denke ich, auch einfach der Realität geschuldet. Absolut. Die Frage ist, die sich mir stellt, ich verstehe nicht, warum Jerome überhaupt Teil des ersten Buches war. Er hat für mich, ich verstehe den Zeitenwandel von Hodge zu Holly, den verstehe ich. Auch erst, nachdem ihr ihn mir gezeigt habt, aber ich verstehe es. Aber die Zwischenstufe Jerome macht für mich keinen Sinn, die ist völlig nutzlos. Ich glaube, das liegt daran, dass Jerome trotz allem für Holly ein wichtiger Ansprechpartner bleibt, wenn ich mich nicht komplett vertue. Aber da sind wir schon bei den nächsten Büchern und von daher, glaube ich, hat er schon, also die Figur an sich, eine Daseinsberechtigung. Ich finde das, ich verstehe ja euren Gedanken, aber ich finde das sehr, 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 sehr schwierig, diese Bücher danach zu beurteilen, was danach kam. Ja, ist es auch. Deswegen greife ich nochmal zurück auf Mr. Mercedes und da verstehe ich, warum es Jerome gibt und sei es nur, um seine Schwester in Gefahr zu bringen. Aber seine Schwester wäre doch in dieser Situation auch ohne ihn gewesen. Ja, aber ohne ihn. Ich sage ja, es ist eine Funktion, keine Handlung, das ist mir egal, aber ich verstehe, dass es Jerome in dieser Geschichte gibt. Ich verstehe auch, wie hier diese Konstellation Jerome, Bill, Holly, im ersten Band kein Problem damit. im zweiten Band finde ich es merkwürdig, weil es wird halt, die Arbeiten jetzt halt zusammen, warum diese zwei jungen Leute da mit diesem alten Sack, irgendwie passt für mich die Konstellation nicht mehr. Es hat irgendwie so komische Vibes und wir hatten ja eben das wieder angesprochen, was wir im ersten Mal ja auch schon gesagt haben, dieser Generationenwechsel, dieser Wechsel von dem klassischen Noir wir hatten ja gehofft, dass es, in welche Richtung es sich entwickelt, für mich kommt das Ganze hier so vor, als hätte es sich von dem harten Detektiv-Geschichten in Richtung so einer lustigen 80er-Jahre-Krimiserie entwickelt. Und das ist halt, ja, genau. Das ist aber halt auch mein Problem, was ich mit Jerome habe, weil ich habe nichts dagegen, dass wir diesen Charakter an sich haben. Das ist vollkommen okay. mir gefällt nicht die Funktion, mit der er eingesetzt wird. In der, bleiben wir mal, ich weiß, dass ihr das nicht so unbedingt meint damit, aber für mich war die Argumentation, oder ich verstehe im Nachgang diese Bücher so, wir kommen von dem klassischen Hartbeult, ein alter, weißer Mann, der die Regeln bricht, der damit durchkommt, der damit Gutes tut, zu, wir gehen letzten Endes zu einer weiblicheren, vielleicht sogar etwas emanzipierteren, vielleicht sogar etwas emotionaleren Herangehensweise an solche Dinge. Wir lösen das Problem genauso, aber über eine komplett andere Herangehensweise. Das ist vollkommen. Aber das können wir ja nicht einfach so machen, weil das versteht ja die Menschheit nicht und deswegen brauchen wir einen Zwischenschritt und dann muss natürlich der Detektiv trotzdem noch ein Mann sein, aber damit wir wenigstens ein bisschen progressiv sind, ist es wenigstens eine Person of Color. Und das ist für mich, ich weiß, dass das nicht so gemeint ist, zumindest von euch nicht, bin mir aber nicht sicher, ob es von King nicht so gemeint ist. Und das ist dann für mich wieder eine unzulässige Reduktion auf, ja. Würde ich nicht so sehen. Ganz einfach, aus dem Grund, und dazu ist Jerome zu unwichtig in der Geschichte. Ja, aber warum ist er dann überhaupt drin? Weil er schon immer da war. Du verstehst das Problem. Ja, ja, wir haben diesen Wechsel von, ich sag mal, von Sam Spade zu Lisbeth Zalander. Ja. Ja, und irgendwo fehlt uns ein Mittelstück. Aber das ist, das ist nicht Jerome. Und das ist auch nicht dieses Buch. Also dieses Buch bringt dieses Mittelstück nicht und ich weiß nicht, ich glaube auch nicht Mind Control. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie es das wird. Trotzdem werde ich diese Theorie weiter verfolgen. Ich stimme deiner Theorie vollkommen zu, grundsätzlich mittlerweile. Also das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn wir so tun würden, als wäre Jerome als Mittelstück wichtig, dann ist es eine unzulässige Reduktion. Und wenn er als Mittelstück nicht wichtig ist, dann ist es sinnlos, dass er an diesem Buch ist. Das ist es auch. Dela, ich stimme dir da vorhin ganz zu, das ist mir beim Lesen auch aufgefallen. Im Endeffekt, man hätte ihn nicht gebraucht. Ja, es hätte auch gereicht, wenn er irgendwie erwähnt werden worden wäre. Ich kann schon gar nicht mehr richtig Deutsch reden. Wenn er mal, keine Ahnung, angerufen hätte und das mal in einem Nebensatz gefallen wäre. Vollkommen korrekt. Und ich glaube, das ist das, was Jonas schon vorhin gesagt hat, das ist so dieses, naja, war schon vorher da oder war das Flo jetzt, egal, wer es gesagt hat. Und von daher für die Geschichte selbst ist er jetzt nicht sonderlich relevant, sondern einfach nur für dieses Trio, weil es halt schon vorher zusammen agiert hat. Gleichzeitig könnte man natürlich so argumentieren und das ist jetzt nur eine hypothetische Argumentation meinerseits, dass man sagt, okay, weil Flo ja meinte, das wäre irgendwie so komisch, so ein älterer weißer Mann und dann so ein junger Typ und auch Person of Color, was sollen die eigentlich miteinander so zu tun haben? Was wir natürlich so in unserem Leben vielleicht nicht haben, ist, inwieweit Traumata Menschen auch zusammenschweißen können und dahingehend die Erlebnisse in Bezug auf Mr. Mercedes vielleicht dann eine stärkere Verbindung geschaffen hat, als wir uns das vorstellen können. Gleichzeitig reicht natürlich die Erwähnung von Jerome in diesem Buch nicht aus. um diese Verbindung wirklich darzustellen, weil dafür ist das Ganze wieder zu knapp gehalten und da sind wir bei dem eigentlichen Problem des Buches. Es weiß irgendwie nicht so genau, wie man Stephen King wusste wohl nicht so genau, was es werden soll. Es ist einerseits eine Erzählung über die Nachwirkung von diesem Anschlag durch Mr. Mercedes. Wäre an sich eine gute Story gewesen und dann irgendwann nach über der Hälfte des Buches werden erst die drei Protagonisten aus dem ersten Teil mit eingeschleust. es passt nicht ganz zusammen und ja, Dela, deswegen bin ich da bei dir. Jerome hätte es für den Verlauf der Geschichte nicht gebraucht. Darf ich einen Vorschlag machen? Gerne. Was für mich funktioniert hat, ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob das altersmäßig sich ausgeht, aber wenn die kleine Schwester von Piet in irgendeiner Form und Weise entweder in ungefähr der groben Altersgruppe von der kleinen also nein, wenn die Schwester von Piet ungefähr in der gleichen Altersgruppe wäre wie die Schwester von Jerome, dass die sich irgendwie kennen und die zwei unterhalten sich von wegen ich glaube irgendwie mein Bruder hat irgendein Problem und die erzählt das zu Hause und Jerome sagt, ich kenne da jemanden, ich kann dir da eventuell was vermitteln. Das wäre ein Ding gewesen, das kann ich verstehen. Oder Jerome und Piet die sind ja beide gerade in dem Altersgruppe anfangen eventuell mit Studieren und so weiter, dass die sich irgendwie bei so was, aber dann hätte man eine Erwähnung gehabt als Fanservice, warum Jerome in diesem Buch ist und es wäre gut gewesen. Aber so mussten wir ihn zumindest zu halbgar einbauen und das finde ich doof. Aber es war doch fast so wie du gesagt hast, nur dass Barbara, also die Schwester von Jerome dann selbst zu Dings ist und ja Und das fand ich unlogisch, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte mir die Version von Dela viel besser gefallen, weil ich gedacht habe, warum geht sie nicht zu ihrem großen Bruder, den sie so abgöttisch liebt, von dem sie so viel hält, von dem sie weiß, was er schon alles gemacht hat und warum fragt sie ihn nicht in Bezug auf Hilfe, sondern geht im Endeffekt direkt zu sein, ich will mal sagen Kollegen, das ist irgendwie, auch da habe ich, das fand ich komisch, das gebe ich offen zu. Also mich stört einfach dieser Umweg, wisst ihr, wie ich meine? Ja, gut. Ja, mich stört nicht nur dieser Umweg, mich stört eigentlich diese ganze Straße. Ja, mich stört das ganze Buch, aber das ist ein anderes Thema. Nein, mich stört die ganze Reihe, das ist ein anderes Thema. Ja, kann ich verstehen. das sehe ich anders, aber kann ich verstehen, wobei so viel anders, naja. Für mich wäre das Ganze tatsächlich ohne Bill Hodges und die anderen ein besseres Buch. nicht ganz klar zu sagen. Ja, denke ich auch. Und da ist auch, glaube ich, die Krux, weil ab jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich weiter über dieses Buch sprechen soll. Denn, wie du sagtest, die Anfangsszene ist die Szene vor dem Vorspann, bevor wir den Kriminellfall lösen. Aber seien wir mal ehrlich, haben Hodges und die anderen mit dem eigentlichen Problem und der Lösung des Problems so richtig viel zu tun? Eigentlich kommen sie doch immer zu spät, oder? Ja, es ist nicht ganz so schlimm, wie Indiana Jones oder der erste Jäger des verlorenen Schatzes. Da muss ich auch denken. Ja, weil da ist ja scheißegal, was passiert. Die Ereignisse werden ja ohne Indiana Jones genauso abgelaufen wie mit ihm. Das ist hier nicht der Fall, aber sie machen echt nicht viel. Gerade das Ende, da haben sie ein bisschen Einfluss, ansonsten läuft alles vor sich hin. Ja, aber ich meine, wie gesagt, der Kampf zwischen Pete und Maus, okay, mal abgesehen davon, dass ein 17-Jähriger eine Axt wirft wie ein Tomahawk, egal, kann ich akzeptieren, auch wenn es mir wehtut, aber und dann dieses Misery-Ende mit wir zünden die Bücher an und er verbrennt lieber mit den Büchern als seine Schätze aufzugeben, alles schön und gut, aber das wäre auch alles ohne Hodges und die anderen gegangen. Ja. Ich glaube, was wir vielleicht an dieser Stelle machen sollten, ist, das Buch tatsächlich in zwei Teile teilen und zwar halt in diese Geschichte zwischen Pete und Morris und dann was hinten dran hängt mit unserem Trio. Denn an sich, auch wenn es sich so am Anfang für mich zumindest gezogen hat, gibt es ja schon so ein paar interessante Stellen, interessante Charaktere, ob man sie jetzt mag oder nicht, ich sage mal, dahingestellt. Also das eine, was ich ganz, ganz interessant finde, ist der Umstand, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das steht ja auch irgendwo im Buch, das mit den Idolen und der Identifizierung mit Geschichten. Wir haben hier zwei Teenager, also zwei Jungs. Wir haben einmal Morris, der auch in der Teenager-Zeit diese Buchreihe kennengelernt hat und wir haben Pete, der ungefähr in dem selben Alter diese Buchreihe kennengelernt hat, nur zu einem viel späteren Zeitpunkt. Beide werden massiv von dieser Buchreihe beeinflusst und identifizieren sich damit. Der Umgang damit trotz ihrer Besessenheit ist aber ein ganz anderer. Es finden sich ja noch weitere Parallelen. Sie wohnen im selben Haus. Beide Familien sind aus ähnlichen Gründen in dieses Haus gezogen. Beide gehen zum Beispiel duschen, nachdem sie, also der eine hat den Koffer verbuddelt, der andere hat den Koffer ausgebuddelt. Also man findet immer wieder Parallelen dazu. Aber das Entscheidende ist im Endeffekt, wie geht der Mensch dann damit um? Und da spielt ja auch mit rein, was wir schon über Morris gesagt haben, diese Arroganz und Ignoranz, sich für einerseits permanent als etwas Besseres zu halten, überlegen zu fühlen, und trotzdem vielleicht gerade aufgrund dessen permanent zu scheitern und alle anderen sind aber daran schuld. Und dann haben wir Piet, haben wir ja auch schon, was du vorhin gesagt hast, Dela, ein ganz anderer Zusammenhalt, eine ganz andere Empathie. Wir haben da die Fürsorge für die Familie, für die kleine Schwester, trotzdem, weil er die Bücher erst mal nicht hergeben. Aber als es dann um die kleine Schwester geht, überlegt er dann doch, es zu tun. Also die Motive sind sehr ähnlich. Bei Piet ändern sie sich aber und am Ende prallen diese quasi in Anführungszeichen Mega-Fans voll aufeinander. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, darf ich kurz, die zwischenmenschliche Komponente in diesem Buch finde ich generell über alles hinweg relativ gut getroffen. Die Handlung seit dieses Buches ist komplett fürnö. Ja, dass das jetzt nicht so gut ist, haben wir ja wohl alle gemerkt, weil die wenigsten von uns konnten sich an alles ändern. Eigentlich fast, glaube ich, keiner außer dir, Dela. Ich, um Gottes Willen, ich kann mich auch an nichts erinnern. Also gerade das Ende ist völliger Brei. Ja, wenn man das Buch zweiteilt, steckt da ein solides Buch drin, aus dem man was richtig Gutes hätte machen können in der Scooby-Doo-Geschichte. Genau, genau das. Ja, wir haben ja gesagt, die Parallelen zwischen Peter und Morris, da hätte man so viel draus machen können im selben Haus. Man hätte parallel erzählen können, wie die beiden sich entwickeln auf verschiedenen Zeitebenen und wie der eine das Verbrechen des anderen in der Vergangenheit wie es vielleicht seine eigene Zukunft beeinflusst, was ja eigentlich auch der Fall ist. Hätte sich King darauf bezogen und vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Autor eingebaut und über das geschrieben, was er ja eigentlich immer gerne macht, über Bücher, über Autoren, über die Liebe zum Lesen. Ja, ja. Hätte das ein geiles Buch werden können. Ja, ja. Und dann kommt diese ja, diese Bill Hodge-Geschichte dazu und es kackt alles echt so ab. Also das macht mich ein bisschen traurig. Ich glaube, ich muss King entführen und zwingen, das Buch umzuschreiben. Nein, aber ich glaube, ehe wir jetzt alle Jonas, hast du noch eine Meinung zu der Thematik? Nee, nicht wirklich. Okay. Ehe wir jetzt alle ganz schrecklich weinen, dass das eigentlich ein gutes Buch hätte sein können, wenn wir es nicht als Teil der Trilogie gemacht hätten, müssen wir darüber reden, warum es überhaupt Teil dieser Trilogie ist. Und das ist quasi die Überleitung zu Brady wieder zurück. Und ich muss sagen, ich bin ja dankbar, dass wir diese telekinetischen Kräfte von Brady nicht ganz so sehr mit dem Holzhammer durchspringen. Es ist Holzhammer, aber es ist nicht ganz so sehr Holzhammer, wie ich befürchtet hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der Punkt ist, an dem ich mich zusammenreißen muss. Ja, frei. Also der Punkt ist, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja diejenige, die Mr. Mercedes gar nicht so schlecht fand. Und ich fand es ja auch beim ersten Lesen total klasse. Da stehe ich auch immer noch zu. Als ich dann das erste Mal Finderlohn gehört habe, ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, weil ich dachte, hey, endlich bringt Stephen King mal wieder Bücher raus, ohne irgendwas hier Übernatürliches und so weiter und so fort. Und dann geht er in Finderlohn hin und deutet diese telekinetischen Fähigkeiten von Brady an. Boah, war ich sauer. Und ich bin es heute noch, weil ich hätte es cool gefunden, wenn es einfach so eine Detektivgeschichte, eine Trilogie gewesen wäre, wenn dann quasi, quasi Holly das als sehr eigenwilliger, aber irgendwie cooler Charakter weitergeführt hätte von mir aus. Warum muss schon wieder was Übernatürliches drin sein? Warum kann er es nicht einmal lassen? Auch hier haben wir wieder die Verknüpfung. Im Endeffekt passt das eigentlich zu einem Buch. Wir haben zwei Sachen, zumindest für mich, die nicht unbedingt zusammenpassen oder zusammengehören, was man nicht hätte machen müssen. Warum? Das hat mich damals schon, und jetzt rege ich mich wirklich auf, merkt ihr gerade. Das ist vollkommen okay. Das hat mich schon bei Joyland so abgenervt. Ich fand Joyland und ich habe es sogar mal auf Englisch gelesen, das heißt für mich viel und ich fand es geil und diese Coming-of-Age-Geschichten und ich hasse Coming-of-Age-Geschichten, aber diese fand ich großartig und dann geht er hin und baut da noch eine Geistergeschichte ein. Warum? Hat das Buch nicht gebracht und dasselbe sehe ich hier. Und für mich hat es das damals noch kaputter gemacht, das Ganze, als das Buch ohnehin schon irgendwie nichtssagend war und weiterhin für mich auch ist. Tatsächlich ist es so, dass ich mich dieses Mal eigentlich nicht so sehr darüber aufgeregt habe, weil ich wusste ja, was passiert und dachte so, ach ja, guck mal, da ist es. Die Beschreibung an sich fand ich, wenn man es jetzt mal wegnimmt von der ganzen anderen Thematik und der Geschichte, schon irgendwie stimmungsvoll und genau das mal nicht so aufdringlich, immer nur so Andeutung und sowas mag ich, weil dadurch entsteht ja der eigentliche Grusel und nicht mit dem Forscherkammer so, hier, da passiert jetzt was, hast du es auch mitbekommen, lieber Leser, liebe Leserin. Von daher an sich gut gemacht, für mich aber absolut unpassend und jetzt beende ich meinen kleinen Monolog. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde das massiv lustig, weil ich unterschreibe grundsätzlich erstmal alles, was du sagst, außer dem Punkt mit, ich habe mich gefreut, dass er das Übernatürliche rauslässt. Weil ich habe alle Bücher gehasst, bei denen er das Übernatürliche rausgelassen hat. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es jetzt hier reinbringt, weil das gibt mir Hoffnung für den dritten Teil. Die Hoffnung wird wahrscheinlich enttäuscht werden, aber das ist ein anderes Thema. Aber mein Problem ist, King wird dann scheiße, wenn er rational wird. Und das war bei Colorado Kids so, das war bei wie hieß es, Qual? War es Qual? Ähm, ja. Das ist bei Joy, na, bei Joyland ging es noch, weil, wie gesagt, da hatten wir die Geistergeschichte. Äh, das ist bei, bei, bei dem Mercedes-Fall, äh, wenn er rational wird, kann ich ihn nicht leiden, weil er dann auch einen anderen Schreibstil hat. Ähm, deswegen ist alles, was du sagst, ich unterschreibe alles, was du sagst, und da hat komplett das Gegenteil. Okay. Äh, ich, ich habe gerade geguckt, ich wollte dich widerlegen, ähm, ich habe nur den Musterschüler gerade gefunden, den du gut bewertet hast von den Geschichten, in denen nichts übernatürliches vorkommt. Du hast leider recht. Also, für dich. Nein, ich, ich glaube, ich habe gar nicht das Problem, wenn er rational wird. Ich habe das Problem, weil, wenn er rationale Themen behandelt, wird sein Schreibstil anders. Und das merkst du. Und du bist ja eh ein Fan des eher ausufernden blumigen und, ja, wenn er rationaler wird, schreibt er rationaler. Genau. Ja, kann ich verstehen. Tatsächlich zum Beispiel faszinierend. Und, äh, von daher, gut, da sind die Geschmäcker halt verschieden. Ist ja auch vollkommen legitim. Mich hätte es halt gefreut, weil ich auch es mag, wenn er halt über nicht übernatürliches ähm, schreibt. Und, ähm, von daher war das für mich so ein, wo kommt das denn jetzt her? Also, was soll das denn jetzt auf einmal? Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, in dem Sinne, Misery hat auch nichts übernatürliches. Genau das fand ich großartig. Das Mädchen zum Beispiel, das ist ja Interpretationssache. Mädchen fand ich furchtbar. Fand ich übrigens auch furchtbar. Fand ich jetzt nicht so eine geile Geschichte. Trotzdem hat sie mich auf eine, wo ich es nicht mochte, auf irgendeine Art und Weise gefangen genommen. Also, faszinierend. Also, an das Buch erinnere ich mich tatsächlich noch, witzigerweise. Ja. Deswegen, also, es gibt schon, denke ich, Stellen, die er ganz gut schreibt, auch wenn es nicht übernatürlich ist. Ja, das ist richtig, aber man merkt definitiv, dass in seinem Hirn ein Schalter existiert, von wegen, ich schreibe jetzt etwas, was zumindest einen Hauch von Übernatürlichkeit hätte haben können, oder zumindest einen Hauch von Symbolismus in der Rationalität. Dann schreibt er pathosbeladen, blumig, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und er hat diese Sache, wo er sagt, oh, ich schreibe jetzt einen Detektivroman oder irgendwelchen Blödsinn. Und dann kannst du diesen Rotz nicht lesen. Und zwar bis jetzt bei allen Büchern so. Ich verstehe, dass andere Menschen diesen rationalen Stil sehr viel lieber mögen. Ich kann das auch vollkommen akzeptieren. Aber ich finde es tatsächlich extrem beachtlich, wie hart bei ihm der Bruch zwischen diesen zwei Varianten ist. Und das finde ich faszinierend. Und deswegen mag ich, also ich mag beides. Ich sage nicht nur das eine und nicht das andere. Ich mag nur, weil ich eben beides, man kann auch nicht mal sagen bevorzuge, ja, sondern ich finde beides gut. Und wenn dann, wenn ich mich freue, dass er einfach sozusagen in Anführungszeichen realistisch schreibt und dann kommt da wieder das Übernatürliche rein und dann denke ich mal so, ach nee, komm schon Junge, komm schon, zieh es doch einfach mal durch. Nein, okay, dann lass es halt bleiben. Ja. Wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt komplett. Ich widerspreche ihm, aber ich verstehe ihn. Ohne jetzt irgendwas von der Handlung zu verraten, bin ich gespannt, auch selbst mal, wenn ich den Outsider noch mal lese, wie es da ist. Mhm. Weil wir sehr lange eine rationale Krimi-Story haben und das sich dann aber irgendwann schlagartig ändert. Du willst mich hier in den Rage-Mode bringen, oder? Ernsthaft? Nein, wir reden jetzt nicht über Outsider, Julia. Das machen wir später. Hm? Was? Ich sagte, besser ist das. Machen wir nicht. Nein, nein, nein. Du darfst gerne bei Outsider schreien, so viel du möchtest. Ich weiß gar nicht, ob du dazu eingetragen bist, aber wenn nicht, darfst du uns einen Audiokommentar schicken. Das mache ich sehr gerne. Okay. Ähm, ja. Habt ihr jetzt zu diesem Übergang, ähm, Jonas, wie geht's dir denn? Freust du dich jetzt auf den dritten Band wegen dieser Übernatürlichkeit oder eher nicht oder eben genau deswegen nicht oder wie stehst du dazu? Ähm, ich hoffe ja, dass das Ruder ein bisschen rumgerissen wird, weil ich Bill Hotsches als Charakter irgendwie sympathisch finde. Mhm. Ob da jetzt was Übernatürliches kommt oder nicht, hm, ich bin, ja, mich stört's nicht, sagen wir's so. Okay. Ich freu mich auch nicht unbedingt deswegen, aber es ist halt, ist halt so. Mhm, okay. Hat dir denn das Ende bis jetzt so generell gefallen oder eher nicht? Ähm, ja, es, nee, weil, es hat halt nichts mit dieser richtigen Geschichte zu tun, es ist ein Teaser, um ein Teaser zu sein. Okay. Das, ja, fand ich nicht so dolle. Mhm. und die Auflösung des eigentlichen Kriminalfalls mit Moos, fandst du das befriedigend oder war's auch egal? Äh, die fand ich ziemlich unbefriedigend, weil ich gern gewusst hätte, äh, was denn jetzt, äh, mit diesem Buch ist und ich hätte gern mehr über Jimmy Gold erfahren. Okay. Okay. Habt ihr zum Inhalt noch was zu sagen, sonst würde ich ins nächste Segment gehen? Ähm, ich hätte vielleicht noch Kleinigkeiten, ähm, über die man sich auch aufregen kann, aber erst mal, ich hab nachgeforscht, was es denn mit diesem Autoren auf sich hat. Mhm. Und es ist klar, dass King hier verschiedenste Schriftsteller zusammengewürfelt hat, ich hab aber jetzt nicht irgendwie so das Modell für, wie heißt der, Rothstein gefunden, ich mein vom Namen her, klar, Philip Roth passt natürlich gut dazu, von, ähm, der Art, es gibt viele Autoren, die ziemlich abgeschieden dann auch gelebt haben und, ähm, J.D. Salinger ist natürlich ein sehr guter Kandidat, der da reinfließt. Vor allem eben mit der ganzen Fankultur drumrum. Genau, der Finger im Roggen war ja auch so eins dieser Jugend-Hype-Bücher, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Darf ich an dieser Stelle eine Zwischenfrage stellen? Habt ihr den Finger im Roggen verstanden? schon lange her und ich glaube nicht wirklich. Oder anders, verstehen ist ja erstmal der zweite Schritt, aber hat er in euch was ausgelöst, außer Genervtheit? Ich war nicht genervt, aber er hat jetzt mich auch nicht groß emotional gepackt. Okay, gut, weitermachen. Ja, ähm, andere Autoren, Thomas Pynchton, ist zum Beispiel auch so ein Kandidat, der sich sehr zurückgezogen hat und, ähm, der sehr großes Geheimnis um, um sein Leben macht auch. Ich glaube, der lebt auch noch, ja, der lebt auch noch. Ähm, da bei dieser Nachforschung habe ich mir rausgefunden, dass er mal bei den Simpsons aufgetreten wurde. Äh, aufgetreten ist, also er selbst hat einer Figur die Stimme geliehen, die eine Tüte mit Fragezeichen über dem Kopf hat. Fand ich ganz lustig. Aber so richtig, ich, also ich dachte wirklich, er geht hier auf ein Auto ein, aber dazu kommt ja aber auch zu wenig vor, als dass er, ähm, als dass er wirklich das irgendwo zuordnbar wäre. Fand ich schade, hätte ich eigentlich auch gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Ähm, auch, was Jonas sagt, hier diese Läuferbücher. Es klingt so was, wie das, was ich gerne mal lesen würde und wahrscheinlich dann tief enttäuscht wäre, aber ich würde es gerne mal lesen. Ja, schon. Also da stimme ich euch tatsächlich zu, das geht mir auch so. Ja. Und, ähm, die Bücher beziehen sich ja wohl auf irgendeinen französischen Roman, dessen Namen ich vergessen habe. Ich habe mir das Hörbuch geholt und, äh, nicht angehört. Das ist doch schon mal gut. Ja, wir bitten um Bericht. Das Hörbuch ist auch französisch, das wird uns nichts bringen. Ja, und, äh, was hier aufgefallen ist, ähm, in dem Buch, was in der letzten Zeit ein bisschen besser war, es gab so einige Momente, wo er wieder, ich möchte nicht sagen, dass er die Frauen schlecht geschrieben hat, aber er hat ein paar Sachen über die Frauen geschrieben, die mir echt negativ aufgefallen sind. Also er war da schon weiter. Ähm, nicht nur diese ganze Vergewaltigungsnummer, da sind ein paar fragwürdige Sachen dabei, sondern, ähm, es gibt auch zum Beispiel eine Szene, da, ähm, schreibt er, oder, da erzählt Bill Hodges, ähm, ich zitiere jetzt mal im Englischen, äh, Holly smiles and Hodges thinks, as she always does, that she should do it more often. When she smiles, Holly is almost beautiful. Ja, lach doch mal, du bist so hübsch. Ja, Nein. Zuschlagend. Ja. Das ist, oder es gibt noch so ein paar andere Sachen. Klar fallen auch wieder, ähm, Ausdrücke, aber das sind dann wieder eher so, um die Charaktere zu, zu beschreiben, dass, da habe ich jetzt kein Problem mit, das ist okay. Aber hier sowas ist halt, ähm, ich glaube nicht, dass das die Figur beschreibt. Ich denke, das steckt im Kling drin. Ich glaube aber tatsächlich, das ist das, was ich mich damals schon aufgeregt habe, im ersten Teil, ähm, was ich hier ein bisschen besser finde, weil diese, diese Zuschreibungen und diese Beschreibungen und diese unangemessene Wortwahl, die haben wir hier in erster Linie bei den Charakteren, die A, sowieso obsolet sind, oder B, obsolet werden, weil sie als Antiquir sowieso dargestellt werden, oder als Teil einer aussterbenden Rasse, ähm, oder eben direkt bei den bösen TM. Ähm, wo ich ja gesagt habe, aber zum Beispiel im ersten Teil diese ganze Meinung zu Behinderung und so weiter, die wurde halt so beschissen, wie sie war, von den guten TM propagiert. Und ich glaube, das ist der Unterschied, weshalb ich es in diesem Buch weniger schlimm finde. Ja, es gibt ja auch Momente, in denen Jerome wieder diese, diese, ähm, Sklaven- oder, äh, Diener-Persönlichkeit so klischeehaft anwendet und während das im ersten Buch noch so mehr als Haha gespielt wurde, ist das hier so, oh komm, hör auf in dem Scheiß. Das fand ich wenigstens so eine kleine Entwicklung darin, aber, ähm, trotz allem ein bisschen fragwürdig. Ja. Gut. Dann würde ich mal in die Querverbindungen gehen, äh, denn das ist schon mal die erste Verbindung zum ersten Roman, denn auch hier hat Moe es wieder diese migräneartigen Attacken, die wir ja bei Brady auch schon haben. Dann, äh, gehen wir weiter, wie gesagt, Pete opfert die Bücher letzten Endes, um seine Schwester zu retten, indem er sie verbrennt und das ist ja tatsächlich ein relativ ähnliches Szenario, wie das, was wir in Misery haben, als, äh, Paul Sheldon droht, die letzte Ausgabe oder die einzige Ausgabe von Misery Spritcare zu verbrennen. Ja, ähm, zu Misery gibt's noch einige andere Punkte, die haben wir ja schon besprochen und es gibt ein paar, äh, Querverbindungen zu, ähm, The Shawshank Redemption, also die Verurteilten beziehungsweise Pin-Up, ähm, außer, dass der Film angesprochen wird, weil Holly sagt, die Filmmusik, äh, gehört zu den besten Soundtracks aller Zeiten, äh, gibt es, ähm, eine Szene, als Morris Bellamy im Gefängnis schreibt er Anträge, Briefe, was weiß ich, für seine Mitinsassen, genau dasselbe macht schon, ähm, Andy in, ähm, in Shawshank und auch der Bibliothekar, der im Krankenhaus ist, der erinnert sehr stark an den Bibliothekar aus diesem Buch, ähm, hier heißt er Alvin Brooks und in Shawshank hieß er Brooks Headland, also auch die Namen sind natürlich ziemlich ähnlich. Mhm. Und natürlich haben wir hier auch mal wieder eine 1999, nämlich die Safe-Kombination. Ja, die ist nämlich 9118 und die Quersumme ist 19. Genau. Außerdem, äh, liegt Brady im Krankenhaus im Zimmer 217, was ja auch, äh, 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 19 ist. Und 217 ist das Zimmer im Overlook Hotel, in dem Danny Torres die Leiche in der Badewanne getroffen hat. Okay, gut. Flo, wie sieht's denn hier aus, äh, äh, ach nee, erst mal, habt ihr noch andere Querverbindungen gefunden? Ich hab keine mehr. Ja? Nee. Okay. Dann, äh, Flo, wie sieht's denn hier mit Verwertungen aus? Ja, es gibt die Mr. Mercedes Serie und ich hab's mir jetzt, äh, noch nicht nochmal angeguckt, leider, weil, äh, Disney Plus hat es auch rausgenommen und ich hatte keine Lust, die DVDs aus dem Regal zu kramen. Ähm, interessanterweise ist in dieser Serie die Handlung von Findalone die dritte Staffel, während Mind Control die zweite ist. da hat man da so ein bisschen was durcheinander geschmissen dann. Ob das die ganze Sache besser gemacht hat, weiß ich nicht. Aber da es auch keine vierte Staffel gibt, äh, vermutlich nicht wirklich besser. Und, äh, ja, ansonsten gibt's halt deutsche, englische Hörbücher, das war's. Okay. Dann, äh, ist noch die Frage, habt ihr denn für dieses Buch Zitate? Und ja, ich kann es vollkommen verstehen, wenn ihr vier Monate nachlesen keine mehr habt. Ich hab auch keins. Ich war der Meinung, ich hätte eins mit dem Handy fotografiert, ich finde es nicht mehr. Okay. Julia? Ähm, ich hätte zwei, zumindest, also eins, was ich ganz, äh, interessant fand, weil ich finde, das zeigt den Humor von Stephen King ganz gut, da musste ich beim Lesen wirklich schmunzeln. ähm, und zwar, natürlich wusste er Bescheid über die erbärmliche Illusion, dass die Natur menschliche Gefühle widerspiegelte. Sie war nichts weiter als ein billiger Trick, zweitrangiger Schriftsteller zum Erzeugen von Stimmungen, aber an diesem Tag schien es tatsächlich zuzutreffen. Das helle Sonnenlicht des Morgens und so weiter und so fort. Fand ich gut. Ich glaube, da hat er sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ähm, das hat mir gefallen und ich mag es generell, ähm, Stephen King so ein bisschen, glaube ich, seine Erfahrungen, ne, über das Schreiben, Autor sein und Lesen mit reinbringt und da fand ich das auch ganz spannend in Bezug auf kurzfristig sind positive Rezensionen immer wieder ein leckeres Dessert, aber wie man bald feststellt, verursachen sie langfristig Verdauungsstörungen, Schlaflosigkeit, Albträume, wenn nicht gar Probleme, den nachtmittiglichen Stuhlgang zustande zu bringen, etc. Fand ich auch mal ganz interessant, das aus dieser Perspektive zu sehen. Mhm. Ich hätte besser zornig zu sterben als kriechend und bettelnd. Außerdem, etwas war furchtbar schiefgelaufen. Wenn man beim Aufwachen einen Orangschaden in Overall trug, war diese Schlussfolgerung nicht gerade schwierig. Und als letztes, du musst einfach einsehen, dass die meisten zu jedermann werden. Mhm. Und damit bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Für die, die schon lange unseren Podcast nicht mehr gehört haben, weil wir so lange Pause hatten, wir bewerten von Null, das ist das Schlechteste, bis 19, das ist das Beste. Und ich würde sagen, Jonas, du fängst mal an. Ja, das war nicht so richtig schlecht. Hatte nette Teile, also diese ganze Erzählung um Jimmy Gold selbst, die hat mir gefallen. Und auch so anfangs dieses, ja, der eine hat den Kopf vergraben, der andere findet ihn wieder und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es ziemlich belanglos. Und deswegen gebe ich auch eine ziemlich Mittelmaßbewertung von 10 Punkten. Okay. Äh, Julia? Ja, dem kann ich nicht nur anschließen in Bezug auf die Beurteilung, würde aber tatsächlich 8 Punkte geben, 8 bis 9, ja. Kann mal bitte jemand gucken, wie ich Mr. Mercedes bewertet hatte? Du hast ganze 3 Punkte gegeben. Okay. Dann gebe ich hier doch tatsächlich deutlich mehr. Äh, ich würde mich hier auch auf 8 Punkte einigen, ähm, weil ich sagen muss, den zwischenmenschlichen Teil in diesem Buch, den hat es getroffen, der hat mir gefallen, der hat mir gut getan und ich mag, wie gesagt, dass wir ganz langsam auf eine übernatürliche Ebene hinarbeiten und es hat sehr viele der Elemente, die problematisch waren im ersten Teil, nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist die Handlungsebene völliger Schwachsinn und völlig bedeutungslos, deswegen kann ich leider mehr als diese 8 Punkte nicht geben. Flo, du hast das letzte Wort. Ja, King hat in einem Interview zu diesem Buch oder überhaupt zu seinen Büchern gesagt, dass er eine echt schwere Zeit hatte, diese Bücher zu schreiben und er versteht nicht, wie Krimi-Autoren sowas, ähm, regelmäßig hinkriegen. Ähm, Spoiler, Steven, du kriegst es nicht so richtig hin. das Buch hier ist wirklich einfach nur ein Lückenfüller. Mhm. Du musstest von Punkt A zu Punkt B kommen und hast halt ein Buch dazwischen gesetzt, das nicht wirklich überzeugen kann. Ähm, wenn die erste Hälfte dieses Buchs besser umgesetzt und vor allem dann auch zu einem ordentlichen Ende gebracht worden wäre, hätte ich das, glaube ich, ganz gut bewertet. Mhm. Dadurch, dass hier dann wirklich diese zweite Ebene reinkommt, diese ganze Krimi-Handlung und um Bill Hodges und so weiter, das schmiert das bei mir ab und, ähm, auch auf die Trilogie gesehen, das Buch hat eigentlich für unsere Hauptfiguren überhaupt keine Konsequenzen. Mhm. Äh, also, ich würde, es ist belanglos, es ist, ja, aber das, was ihr auch gesagt habt, es ist halt auch nicht schlecht geschrieben, es ist okay, ich ringe mich zu sieben Punkten durch. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Buch schlechter bewertest als ich, aber okay, gut. Ich war selbst überrascht. Habe ich noch irgendwas vergessen, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben? Ich glaube, ich habe alles, oder? Ja, wenn du nicht noch Symbolik hast, äh, nein, aber das habe ich auch beim letzten schon nicht gehabt. Wie gesagt, wenn King so tut, als würde er rational sein, muss ich mich damit nicht beschäftigen, das tut mir weh. Es tut mir weh, dass es fehlt, das ist das Problem. Ja, ich glaube, also es ist ein wenig Symbolik in diesem Buch, die so mit der Liebe zum Lesen und mit dem Fantum zu tun hat. ja. Aber das Ganze ist aber nicht so ausgearbeitet, dass es sich jetzt wirklich lohnt, da mehr drüber zu reden, als wir es ohnehin schon haben. Genau. Julia? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mit dem Buch schon abgeschlossen. Was war die Frage? Nee, ich dachte nur, du hast den Knopf gedrückt. Alles gut. Ach so, gut. Gut, dann würde ich behaupten, sind wir durch und es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken fürs Mitmachen und bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Wir hören uns dann, Flo, zu welchem Buch als nächstes? Ja, wir hören uns als nächstes in den nächsten sieben Episoden zur Basar der bösen Träume. Es gibt wieder Kurzgeschichten. Das war super. Alles klar. In dem Sinne, wir freuen uns, dass ihr uns treu geblieben seid und wie gesagt, fürchtet euch nicht, das wird demnächst weitergehen. Ab jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschau. 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 Tschau.